Ja, mein Team besteht aus einem sehr durchmischten Personenkreis von jungen Absolventen bis hin zu sehr erfahrenen Mitarbeitern und das gute Miteinander macht eigentlich das Team sehr, sehr stark. Ich bin neu ins Team gekommen, in ein eher eingesesseneres Team, die schon sehr lange zusammenarbeiten und trotzdem waren sie von Anfang an sehr hilfsbereit, haben mich bei jeden jeglichen Themenstellungen von Anfang an sehr unterstützt und mir, egal wie oft ich nachgefragt habe, immer wieder geholfen, in das Thema reinzufinden. Wir sind so ein tolles Team eigentlich bei uns, da hilft jeder jedem. Wenn wir jetzt neue Mitarbeiter haben, dann sitzt einfach jemand, der schon länger dabei ist, geht mit zum Termin, hilft jemandem, wir gehören alle zusammen. Bei uns ist es toll, dass ich keine Konkurrenz kam, sondern wir arbeiten alle zusammen und helfen einander. Also mit meiner direkten Führungskraft pflege ich einen sehr wertgeschätzten Umgang, wo mir auch vermittelt wird, dass ich bei Fragen, Anliegen immer eine offene Tür habe. Ja, also durch meine Projekte, aber auch schon damals als ich Trainee war, habe ich wirklich gemerkt, dass die Zusammenarbeit innerhalb der Abteilungen wirklich sehr gut funktioniert und das Teamwork wirklich sehr groß geschrieben wird innerhalb des Unternehmens. Also wir haben immer wieder Team-Events unternehmensweit. Das reicht von diversen Sommerfesten, von Summer-Closings über andere Veranstaltungen, die es so im Jahr gibt. Aber auch natürlich im kleinen Rahmen gibt es immer wieder Team-Events. Wir gehen oft zum Mittagessen, wir gehen veranstalten, wir gehen rodeln im Winter. Also wir sind wirklich, wir gehören zusammen und wir sind ein Team und wir arbeiten zusammen. Wir machen die WhatsApp-Gruppe, wo wir alles teilen, wir freuen uns füreinander. Das ist das Tolle da, ja.